Geht der Bitcoin Crash weiter, während Bitcoin sich um die 39.000 Dollar Marke bewegt, müssen wir uns fragen, wer das Ganze verursacht hat. Es gibt drei mögliche Szenarien, um die jüngste Preisentwicklung von Bitcoin zu rechtfertigen und das bedeutet natürlich auch die für viele Altcoins. Für diejenigen unter euch, die sich wirklich um den Preis, um den täglichen Preis von Bitcoin sorgen oder wenn ihr einfach neu in der Kryptowelt seid, hier sind einige aufschlussreiche Informationen, die euch weiterhelfen können. Und dazu gibt es altbekannte Debatten. Einmal war das also der Crash bei Bitcoin laut technischer Analyse, dass dieser laut technischer Analyse vorhersehbar war oder gab es Neuigkeiten, die zu diesem relativen Preisrückgang geführt haben oder geht es um etwas viel Größeres, das viele nicht beachten. Persönlich gehe ich vom Letzteren aus, darüber sprechen wir gleich noch und auch die Details darüber. Dort zuvor, falls du noch kein Abonnent des Kanals bist, klicke auf Abonnieren, auf die Glocke und alle. Dadurch kannst du selbst entscheiden, welche Videos du dir anschauen willst, ansonsten wählt das nämlich YouTube für dich aus. Und wenn du dich für finanzielle Freiheit durch Krypto interessierst, dann klicke auf den ersten Link in der Beschreibung unterhalb des Videos und schau dir das Ganze dann an. Viele Leute führen den jüngsten Preisrückgang von Bitcoin darauf zurück, dass Grailscale bzw. GPTC Bitcoin auf den Markt wirft. Zusätzlich konnten wir sehen, wie die ehemalige Kryptobörse FTX, also die, die ihre Kunden um Milliarden Dollar betrogen haben, genau diese konnten 22 Millionen Anteile ihrer GPTC abstoßen und haben das natürlich auch getan. Und das entsprach etwa einer Milliarde Dollar, die dann auf den Markt geworfen wurden. Das macht etwa die Hälfte der Abflüsse des GPTC aus. Das war natürlich im Zuge des FTX-Konkursverfahrens, wo sie diese Position endlich liquidieren konnten, bei Grailscale in einen Bitcoin-ETF umgewandelt wurde. Was für ein Zufall, dass sie das jetzt auch machen konnten. Und für diejenigen unter euch, die nach zukünftigen Nachrichten suchen, die den Bitcoin-Preis weiterdrücken können, es könnte auch zum Crash bei Bitcoin führen. Wenn Bitcoin weiterhin fällt oder in Zukunft fallen könnte, dürft ihr Mt. Gox nicht vergessen, wo etwa 200.000 Bitcoin darauf warten, an die Leute ausgezahlt zu werden, die vor etwa einem Jahrzehnt Geld auf diese Börse eingezahlt hatten, um Bitcoin dann zu kaufen. Und wenn ihr euch den Bitcoin-Preis vor etwa einem Jahrzehnt anschaut und diesen mit dem Bitcoin-Preis von heute vergleicht, was denkt ihr, werden die Leute dann machen, die an Bitcoin zu diesem Zeitpunkt gekommen sind und jetzt ihre Bitcoin wieder von Mt. Gox zurück erhalten? Was werden diese mit den Bitcoin denn machen? Schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare. Natürlich wird die Abwägung der Rückzahlung von Mt. Gox, vermutlich wird die Rückzahlung der Mt. Gox-Bitcoin in einem Rückzahlungsplan in Stufen erfolgen. Zusätzlich muss man bedenken, dass die Leute, die Geld auf Mt. Gox eingezahlt hatten, die es taten, als der Preis von Bitcoin bei etwa 1.000 Dollar pro Bitcoin lag. Das könnte durchaus zu einem Abverkauf dann führen. Das zusätzlich zum Rückzahlungsplan, der wahrscheinlich schrittweise erfolgen wird, hoffen wir es mal, und vermutlich ebenfalls auf verantwortungsvolle Weise, werden sie dann ihre Bitcoin in Stufen zurück erhalten. Die Frage ist aber, ob das so ähnlich wie das FTX-Konkursvorfahren vor längerer Zeit bei Solana. Im Grunde genommen gab es da auch viel Angst, Unsicherheit und Zweifel, also FUD. Und das wird es wieder auch in diesem Zusammenhang in der Zukunft geben. Die Frage ist natürlich hier, wann das passieren wird, vermutlich zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt. Es gibt auch noch eine andere Sache, wo die US-Regierung 100.000 Bitcoin aus ihren Beschlagnahmungen von der Silk Road kontrolliert. Und das letzte Mal, dass sie irgendwelche Pläne für den Verkauf dieser Münzen, also dieser Bitcoin, die sie beschlagnahmt haben, angekündigt haben, war im Juli 2023. Insgesamt verfügen die USA aber über knapp, ich glaube, 400.000 Bitcoin, 200.000 bei der amerikanischen Regierung und ebenfalls nochmal 200.000 beim Justizministerium der USA, wenn ich richtig liege. Falls nicht, schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Es gibt aber bis hier keine Nachrichten darüber, ob sie das verkaufen wollen, beziehungsweise wann sie das machen wollen. Doch das könnte definitiv zum richtigen Zeitpunkt den Preis nochmal bei Bitcoin drücken. Und das wird strategisch auch wieder positioniert sein. Insbesondere auch, weil es keine aktuellen Informationen über die Verkaufspläne gibt. Und das kann Unsicherheiten im Markt schaffen und möglicherweise den Bitcoin-Preis ebenfalls auch beeinflussen. Und bei der Betrachtung der Preisentwicklung von Bitcoin ist es wichtig, sich ebenfalls verschiedene technische Indikatoren zu berücksichtigen, um ein umfassendes Verständnis des Marktes zu erlangen. Und einer dieser Indikatoren ist das 100 Wochen Simple Moving Average, also der einfache gleitende Durchschnitt, auch SMA genannt. Er ist ein häufig verwendetes Werkzeug in der technischen Analyse, das den durchschnittlichen Preis von Bitcoin über die letzten 100 Wochen darstellt. Aktuell liegt dieser Wert bei etwa 28.000 Dollar pro Bitcoin. Und in der Vergangenheit wurde beobachtet, dass der Bitcoin-Preis dieses 100 Wochen SMA um die Zeit des Bitcoin Halvings immer getestet hat. Und das Halving ist das Ereignis, bei dem die Belohnung für das Mining von Bitcoin halbiert wird. Und ungefähr alle vier Jahre findet das ganze Ereignis dann statt. Aktuell werden wir das vermutlich im April sehen. Und das wird oft mit signifikanten Auswirkungen auf den Markt in Verbindung gebracht. Und historische Daten dazu zeigen ebenfalls, dass in den Jahren wie 2011, 2016 und auch während des Markteinbruchs im März 2020 der Preis von Bitcoin um 50% fiel, bis zu 50% fiel. Als das geschehen ist, erreichte der Bitcoin-Preis das 100 Wochen SMA, erreichte oder unterschritt das Ganze. Also vielleicht sehen wir das dieses Mal auch wieder. Und wenn wir dem Trend folgen, dann sehen wir auch so ein Ereignis in 2024. Was denkst du dazu? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Natürlich ist es auch wichtig zu betonen, dass diese historischen Muster zwar interessante Einblicke bieten, sie jedoch keine Garantie für zukünftige Preisbewegungen im Grunde genommen sind. Denn die Märkte werden von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, einschließlich globaler, wirtschaftlicher und auch politischer Ereignisse. So war beispielsweise der starke Preisrückgang im Jahr 2020 teilweise durch den globalen wirtschaftlichen Abschwung aufgrund des Lockdowns bedingt, beziehungsweise dass 2019 die Repo-Krise begonnen hat. Also das heißt einfach dargestellt, die Banken sich kein Geld mehr untereinander geliehen haben und so weiter. Was dann zum unlimitierten Gelddrucken geführt hat. Und das können externe Faktoren sein, die in der technischen Analyse nicht vorhersehbar sind. Zusammenfassend lässt sich Folgendes sagen, dass das 100 Wochen SMA, also der gleitende Durchschnitt, ein nützliches Werkzeug sein kann, um die langfristige Preisbewegung von Bitcoin zu analysieren. Dennoch sollte es im Kontext anderer Indikatoren und auch externer Faktoren betrachtet werden, um eine ausgewogene und realistische Einschätzung des Kryptowährungsmarktes dann auch zu erhalten. Doch grundsätzlich konnten wir sehen, dass während beziehungsweise um das halbige Ereignis von Bitcoin herum wir oft eine Art Korrektur sehen konnten und wir sind jetzt noch ein paar Monate davon entfernt. Ich möchte dich daran erinnern, dass das halbige Ereignis im April dieses Jahres stattfinden soll. Also sind wir noch ein paar Monate davon entfernt, dass wir dann vermutlich einen Crash sehen könnten. Darüber hinaus könnte dies die erste von vielen Korrekturen während dieses Bullenmarktes sein. Doch jetzt ist auch eines Fakt, jetzt haben wir BlackRock mit im Spiel. Sie sind Haie, sie sind keine netten Kerle und sie sind Experten darin, Preise und Menschen auch zu manipulieren und natürlich auch Regierungen, um ihren Willen durchzusetzen. Vielleicht ist das jetzt einfach zu erwarten, nur Preismanipulation, um in die Richtung zu gehen, die BlackRock möchte. Und wir wissen, dass sie viel Bitcoin ansammeln müssen und immer mehr Bitcoin wollen. Mehr als MicroStrategy vermutlich, die drei Jahre gebraucht haben, um ungefähr 200.000 Bitcoin anzusammeln. BlackRock hat jetzt bereits über 40.000 Bitcoin angesammelt in sehr, sehr kurzer Zeit. Seit der Einführung des Bitcoin ETFs haben sie das angesammelt, also in sehr kurzer Zeit. Es sind bis jetzt nur wenige Wochen vergangen. Was denkt ihr, wird passieren, wenn drei Jahre vergangen sind? Über wie viele Bitcoin werden BlackRock und ihre Freunde dann verfügen? Also was werden sie tun? Sie werden versuchen, den Preis unten zu halten, damit sie mehr und mehr über die Zeit hinweg ansammeln können, ohne so viel dafür bezahlen zu müssen. Und wahrscheinlich werden sie ebenfalls versuchen, so viele Leute wie möglich davon abzubringen, in echtes Bitcoin zu investieren oder echtes Bitcoin zu besitzen und sie dazu dann zu inspirieren, die Bitcoin ebenfalls auf den Markt zu werfen und natürlich auch in ihren Bitcoin ETF zu investieren. Also musst du dich im Grunde genommen fragen, ob du dazu beitragen willst, dass BlackRock und ihre Freunde mehr Bitcoin zu günstigeren Preisen kaufen und besitzen werden, während du gleichzeitig deinen Besitz über Bitcoin verlierst. Klar erhalten sie jetzt gerade sehr viele Bitcoin von Grayscale oder von FTX, aber du musst auch wissen, dass die meisten Bitcoin bei den einzelnen Investoren sich gerade noch befinden. BlackRock will die Bitcoin von dir haben, von den einzelnen Investoren haben. Also was wirst du tun? Schreib mir dazu deine Meinung in die Kommentare und wenn du dich für finanzielle Freiheit durch Krypto interessierst, dann klick auf den ersten Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Ich danke dir und ich wünsche dir einen sehr schönen Tag und wir sehen uns bis bald.